Diese hier zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Erkrad. 1993 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Erdgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 115.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.